Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Wir danken Gott für das Evangelium der Gnade. Wir danken Gott, dass nur das Evangelium Menschen verändern kann. Und auch unsere Segnungen und Flüche haben damit zu tun, ob wir das Evangelium der Gnade verstehen. Unsere Lebensqualität und wie gesegnet wir sind, hängt zu einem großen Teil, nein, im Grunde vollkommen von unserem Verständnis von Gesetz und Gnade ab. In der Bibel steht in Galater 1, Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Was ist also das wahre Evangelium? Die Gnade des Christus. Was ist ein anderes Evangelium? Jedes Evangelium, in dem es nicht um die Gnade des Christus geht, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Was bedeutet in diesem Zusammenhang das Evangelium verdrehen? Dass man das Gesetz hineinmischt. Das verdreht das Evangelium. Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Darauf liegt also ein doppelter Fluch. Hören Sie aufmerksam zu. Denn einige sagen jetzt vielleicht, aber Pastor Prince, das gilt doch nur für Pastoren und Prediger. Es stimmt, das gilt für Prediger. Aber manche predigen auch durch ihre Blogs. Andere predigen durch Mitteilen. Wenn sie predigen und Dinge mitteilen, dann achten sie darauf, dass sie das wahre Evangelium weitererzählen. Vielleicht fragen Sie, kann ich als Gläubiger überhaupt unter einen Fluch kommen? Ja, auch im Neuen Testament gibt es Flüche. Denn Paulus sagt, wenn wir, er bezieht sich mit ein. Ich will Ihnen etwas Wichtiges zeigen. Und das ist der Kern meiner Predigt. Darum geht es heute. Galater 3. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde. Die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde. Das Thema ist die Rechtfertigung der Heiden aus Glauben. Heiden sind wir alle, die wir keine Juden sind. Das Volk Gottes im Alten Testament waren Juden. Jeder, der kein Jude war, wurde damals als Heide bezeichnet. Wir alle sind also Heiden. Amen. Aber in der Bibel steht, dass Abraham das Evangelium verkündigt wurde, lange bevor es das Volk Israel überhaupt gab. Denn das Volk Israel stammt von Abraham ab. Und Gott verkündigte Abraham schon das Evangelium. Die Schrift sah voraus, dass Gott uns alle aus Glauben rechtfertigen würde. Gott rechtfertigt uns alle aus Glauben. Es geht um die Rechtfertigung aus Glauben. Behalten Sie das im Hinterkopf, okay? Gott hat Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet sein. Und dann steht in Vers 9, So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit, zusammen mit, dem gläubigen Abraham. Die, welche aus Glauben sind, werden gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Das Ausglauben muss hier im Zusammenhang interpretiert werden. Und das ist die Rechtfertigung aus Glauben. Die, welche glauben, dass sie aus Glauben gerechtfertigt sind, sind gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Entweder sie leben aus Glauben oder im Gegensatz dazu. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Und die aus Glauben sind, werden gesegnet. Die, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Die aus Glauben sind, werden gesegnet. Die, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Versuchen wir es noch einmal. Die aus Glauben sind, werden gesegnet. Die aus Werken – hier steht nicht, wer das Gesetz bricht –, sondern die aus Werken des Gesetzes sind. Wenn die Grundlage für ihre Gerechtigkeit oder Heiligkeit das Gesetz ist, sind sie unter dem Fluch. Wissen Sie, warum? Weil sie dann alles halten müssen, damit das Gesetz sie nicht verflucht. Schauen Sie her. Denn alle – und das können auch Christen sein – alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt. In wie viel? Wie viel? In allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Wenn sie das Gesetz halten wollen, okay. Aber dann halten sie alles. Denn sonst sind sie unter dem Fluch. Diesem Vers zufolge kann man dem Fluch nur entgehen, wenn man unter dem Gesetz ist, indem man das ganze Gesetz hält. Sobald sie sich auf das Gesetz berufen, sind sie zack unter dem Fluch, wenn sie sich nicht an alles halten. Verstehen Sie das? Bitte, Herr, gieße den Geist der Erkenntnis aus. Manchmal kann ein Nicht-Christ das eher glauben als ein Christ. Denn wir Christen sind uns stets bewusst, wo wir versagt haben, was wir nicht gemacht haben, was wir falsch gemacht haben, was wir richtig gemacht haben, aber vielleicht nicht gut genug. Wir schauen die ganze Zeit nur auf uns selbst. Aber ein Nicht-Christ hört die Botschaft, glaubt, und zack, wird geheilt. Und zack, wird er gesegnet. Das ist kein Witz, Freunde. Es geht um Segen oder Fluch. Ich möchte Ihnen einige der Flüche vorlesen. Aus Zeitgründen kann ich Ihnen nicht den ganzen 5. Mose 28 vorlesen. Ich gebe Ihnen nur eine kleine Kostprobe, okay? Aber ich habe Angst, dass es Sie erschlägt, selbst wenn ich nur einen kleinen Teil vorlese. Und dass Sie in sich zusammenfallen wie eine verwelkte Blume. Deswegen zeige ich Ihnen zuerst diese Stelle in Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Okay, stopp. Jesus wurde zum Fluch, und so hat er uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Jetzt zeige ich Ihnen 5. Mose 28. Den Segen, wenn man das Gesetz hält, und den Fluch, wenn man es bricht. Damit Sie eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, gesegnet und verflucht zu sein. Und wissen Sie, was ich herausgefunden habe? Wenn man damals die Gebote hielt, schreibt Paulus, dann wurde man gesegnet. Wissen Sie, wie viele Verse einen Segen enthalten? 14. Wissen Sie, wie viele Verse im gleichen Kapitel einen Fluch enthalten, wenn man die Gebote bricht? Vierundfünfzig. Vierzig mehr! Vierzig mehr! Also, lesen wir zuerst die Segnungen. Ich kann nicht alle vorlesen. Ich zeige Ihnen nur ein paar Beispiele. Okay? Wenn du alle Gebote hältst, gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Immobilienmakler sagen immer, es geht um die Lage. Aber Gott sagt, wenn du gesegnet bist, ist es nicht wichtig, ob du in der Stadt oder auf dem Land bist. Du wirst auf jeden Fall gesegnet. Nicht der Ort ist gesegnet, sondern du. Und dann heißt es, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Das bezieht sich auf die körperliche Gesundheit. Und es bezieht sich auf ihre Kinder. Ihre Kinder sollen gesegnet sein, ganz gleich, was der Arzt sagt. Gesegnet ist die Frucht meines Leibes. Und auch wenn der Lehrer sagt, ihr Kind ist langsam, ihr Kind ist dies oder jenes. Ihr Kind ist gesegnet. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Jetzt zeige ich Ihnen ein paar Beispiele für Flüche. Wir können nicht alle lesen. Die Flüche beziehen sich auf die Gesundheit, die Familie, den Besitz, die geistige Gesundheit und den Frieden. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Im ersten geht es um Krankheit. Vergessen Sie nicht. Christus hat was? Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Das wird Ihnen helfen, wenn wir diese Verse lesen, okay? Der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung. Das hebräische Wort für Schwindsucht bedeutet Lungenkrankheit. Das ist Tuberkulose, TBC. Wir sind davon erlöst. Okay, machen wir weiter. Das sind die Krankheiten. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen, mit Räude und Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. Aber Pastor, meine Krankheit ist sehr selten. Lesen wir weiter. So wird der Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen, ja mit großen und andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten, also chronische Krankheiten, die nie aufhören. Das steht alles hier. Und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest. Aber Pastor Prince, mein Arzt sagt, meine Krankheit sei wirklich einzigartig. Dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. Gott zeigt uns in seiner Weisheit, wovon wir erlöst sind. Sie können dieses Kapitel mit Furcht oder mit Freude lesen, weil wir wissen, dass Christus uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst hat. Ein Beispiel dafür, was mit Familien passiert. In einem Vers steht, du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen. Das ist ein Fluch. Ehebruch ist ein Fluch. Zum Thema Kinder. Du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Haben Sie das schon erlebt? Dass man Söhne und Töchter hat, die zwar unter dem gleichen Dach leben, aber nicht zu einem gehören? Sie sind Gefangene ihrer Begierden, einer Sucht oder schlechter Gesellschaft. Sie sind ihre Kinder, aber sie gehören ihnen nicht. Man kann sich herausreden, das seien eben andere Zeiten, aber Gott sagt, sie sind davon erlöst. Fordern sie es ein. Lesen wir den letzten Vers der Flüche. Dann befreie ich sie aus diesem Elend. Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du wirst ihn nie mehr sehen. Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Knechte und Mägde auf dem Sklavenmarkt verkaufen wollen und es wird doch kein Käufer da sein. Das ist die größte Beleidigung, die es gibt. Man wird als Sklave verkauft, aber niemand will einen haben. Vor Jahren sagte einmal der Heilige Geist zu mir, schau nach, was ist der letzte der Flüche? Es wird kein Käufer da sein, und dann kommt dieser Vers, Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft. Erlöst bedeutet freigekauft. Keiner wollte uns kaufen, aber Christus tat es. Christus tat es. Und hier steht nichts davon, dass wir durch Leistung vom Fluch losgekauft sind. Aber gehen wir gleich wieder zurück zu Galater 3. Sind Sie alle gesegnet worden? Sie müssen das unbedingt verstehen. Die Alternative zu einem Leben aus Glauben ist ein Leben unter dem Gesetz. Leistung. Jetzt will ich Ihnen etwas zeigen. Nach diesem Vers, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem Gläubigen Abraham, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Geht es weiter mit? Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Wir haben hier also zwei verschiedene Lebensstile. Hier steht, dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Ich frage mich manchmal, ob es so offenbar ist. Die Menschen haben es vergessen. Damals war es allen klar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. In diesem Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben, steht für Leben, das gleiche Wort Sao, wie im nächsten Vers. Der Mensch, der die Gebote und das Gesetz hält, wird durch sie leben. Hier steht das Wort Sao. Im Alten Testament heißt es auf Hebräisch Hayai. Wenn Sie jüdische Freunde haben, sagen diese beim Anstoßen Lechaim, auf das Leben. Das ist das gleiche Wort, Hayai. Und im Neuen Testament steht auf Griechisch Sao. Altes Testament Hebräisch, Neues Testament Griechisch. Diese Wörter bedeuten volles Leben, echtes Leben. Auf Griechisch bedeutet es auch gesund werden, sich von einer Krankheit erholen, wieder lebendig werden. Der Gerechte wird aus Glauben gesund werden. Ich weiß, dass dieses Wort Leben auch für ewiges Leben steht. Es bedeutet ewiges Leben. Aber im Original heißt es mehr als das. Es bedeutet, durch Glauben die volle Lebenskraft zu haben. Der Mensch, der das Gesetz befolgt, wird auch dadurch leben und gesund werden, indem er das Gesetz befolgt. Wir haben also zwei Möglichkeiten. Wir können das Gesetz halten. Aber wenn wir den Segen wollen, müssen wir alles halten. Oder wir leben aus Glauben. Verstehen wir das, Freunde? Verstehen wir das wirklich? Denn ich sage Ihnen eines. Sie schließen einander aus. Sie können nicht gleichzeitig durch Gesetz und Gnade oder durch Glauben und Werke leben. Das ist so gegensätzlich wie Öl und Wasser. Man kann sie nicht mischen. Wenn man Öl ins Wasser gießt, trennen sie sich und man sieht das Öl. Es kann sich nicht vermischen. In Vers 12 steht, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Wenn Sie versuchen, mit Leistung bei Gott Punkte zu sammeln, damit Gott Sie segnet oder Sie heilt, dann tun Sie das nicht aus Glauben. Leistung kann nicht aus Glauben kommen. Aber wenn Sie aus Glauben handeln, stehen Sie nicht unter dem Gesetz. Und das ist bis heute so. Gott sagt, lebt aus Glauben. Ich sage Ihnen etwas. Ich werde Ihnen jetzt nur kurz zwei Verse zeigen. Mögen Sie sie waschen und Ihnen helfen zu verstehen, warum die Menschen keinen Segen empfangen. Der Zusammenhang hier ist, wie wir gerade gesehen haben, die Rechtfertigung aus Glauben. Okay? Schauen wir uns diese Beispiele an. Da rührte Jesus ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Gut. Es geht hier um zwei blinde Männer, nicht Mäuse. Sie kamen zu Jesus in das Haus in Kapernaum und der Herr fragte sie, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie waren offensichtlich blind und sie sagten, dass wir sehend werden. Er sagte nicht, wisst ihr, warum euch das passiert ist? Hm? Petrus, geh weg. Wo habt ihr hingeguckt? Wo habt ihr hingeguckt? Nein, das tat er nicht. Er stellte ihnen nur eine Frage. Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Glaube. Glaubt ihr? Und sie sagten, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und dann wurden ihre Augen aufgetan. Ein anderes Beispiel. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, oh Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Sie musste nichts dafür tun. Und das sind keine perfekten Menschen. Es hat nichts damit zu tun, was sie leisten, ob sie das Gesetz halten oder wie heilig sie sind. Heiligung ist wichtig, um Gott zu ehren und ein geheiligtes Leben zu führen, aber nicht der Grund für den Segen. Im Gegenteil, Heiligung ist die Folge von Segen. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße führt. Sie empfingen zuerst. Ihre Sünde war nie ein Hindernis. Es ging nur darum, ob sie glaubten oder nicht. Und wie empfingen sie es? Jesus sagte nicht, meine Kraft ist groß, sondern dein Glaube ist groß. Amen? Schauen Sie her. Oh Frau, dein Glaube ist groß. Jesus, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ihr Glaube. Weiter. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Okay, weiter. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, der von seinen Freunden durch die Decke gelassen wurde, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Weiter. Er aber sprach zu ihr, das ist die Frau mit dem Blutfluss. Sie brach übrigens mehrere Gesetze, weil sie in der Öffentlichkeit unterwegs war, obwohl sie blutete. Sie kam und berührte den Saum seines Gewandes und wurde geheilt. Und Jesus drehte sich um und sagte, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Dein Glaube. Dein Glaube. Dein Glaube. Wir schauen immer darauf, wie es uns geht. Und dann sagt der Teufel, du hast damals dies und jenes getan. Und dann schauen wir auf unsere Leistung statt auf unseren Glauben. Und unser Glaube wird nicht angeschaltet. Wann sind sie zum letzten Mal aufgestanden und haben gesagt, das wird eine gute Woche? Wenn schlimme Dinge geschehen, wie wir es ständig im Fernsehen oder in den Medien sehen und hören, dann sagen sie, tausend werden neben mir fallen und zehntausend auf meiner rechten Seite. Aber mich wird es nicht treffen, weil meine Familie und ich unter dem Schirm des Höchsten sitzen. Christus hat mich vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Wenn der Teufel fragt, wer bist du? Dann sagen sie, ich bin der, den er losgekauft hat. Hören Sie? Fangen Sie an, aus Glauben zu handeln. Und irgendwann sagen sie, Pastor Prince, ich habe nicht genug Glauben. Ich möchte mehr Glauben. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Sie wussten nun, dass der Glauben wichtig ist. Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich. Sagen sie das zu ihrem Krebs, zu ihrem Gewächs oder ihrem Tumor. Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Ich habe schon einige Gewächse ins Meer geworfen, gleich hier am Strand. Ich mache das seit Jahren. Ich hoffe, die Leute tauchen dort nicht zu tief runter. Wissen Sie, wie wir das ändern können? Jesus antwortet damit auf ihre Bitte, mehre unseren Glauben, richtig? Aber wir schaffen es immer wieder, den Sieg in eine Niederlage zu verwandeln. Jesus versucht es uns leicht zu machen. Er sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Wissen Sie, wie klein ein Senfkorn ist? An einer anderen Stelle sagt Jesus, das Senfkorn ist der kleinste Same, aber wenn er wächst, wird er größer als alle Gartengewächse und wird ein Baum. Der kleinste Same bewirkt so viel. Aber wir sagen, Pastor Prinz, ich habe keinen starken Glauben. Ich sehe, wie Pastor Mark und Pastor Henry für andere Leute beten und ich wünschte, ich hätte diesen Glauben. Ich habe nicht so einen Glauben. Aber Jesus sagt, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn habt, was er damit sagen will, ist, fangt an, ihn zu nutzen. Gehen Sie los und sagen Sie, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wenn Sie in den Urlaub fahren, sagen Sie, das wird der beste Urlaub, den wir je hatten. Wenn schlimme Dinge geschehen und Sie von all den Terroristen hören, sagen Sie, Gott wird uns beschützen. Flugzeuge stürzen ab, aber unseres nicht, im Namen von Jesus, weil wir an Bord sind. Fangen Sie an, das zu bekennen und aus Glauben zu leben. Leben Sie aus Glauben, dann werden Sie durch den Glauben leben und geheilt werden. Was für ein Leben wollen Sie? Ein Leben der Leistung oder ein Leben des Glaubens? Schauen wir uns noch einmal die beiden Beispiele an. Ein Leben aus Glauben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, der leistet, der versucht, sie zu halten, wird durch sie leben. Aber das kann niemand. Es ist Ihre Wahl. Ihre Wahl. Ich glaube, dass Ihre besten Tage noch vor Ihnen liegen. Ich glaube, dass Gott Sie nach seinem Reichtum und seiner Herrlichkeit mit allem versorgen wird. Ganz gleich, wie die Wirtschaftslage in der Welt ist. Ich glaube, dass die Gemeinde immer heller strahlen wird, auch wenn es in der Welt immer dunkler wird. Ich glaube, dass Ihre Familie trotz all der Auflehnung und Unsauberkeit und all der Worte und Taten auf den Straßen, die Gott nicht ehren, Gott gefällig sein wird. Ihre Frau wird wie ein fruchtbarer Weinstock sein und Ihre Kinder werden wie junge Olivenbäume um den Tisch sitzen und gesalbt sein. Ich glaube, dass Ihre Tochter eine neue Esther sein wird. Jemand, der das Schicksal von ganzen Nationen wenden kann. Ich glaube, dass Ihre Söhne wie David sein werden und schon in jungen Jahren mit 17 Riesen besiegen. Ich glaube, dass Gott einen König sieht, wo andere einen Hirtenjungen sehen. Ich glaube, dass Ihre Zukunft so hell leuchtet wie Jesus auf der rechten Seite des Vaters. Sie kann für den Gläubigen nur heller werden. Ich glaube, Sie sind gesegnet. Gesegnet. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Freunde, glauben Sie an den Herrn Jesus Christus. Glauben Sie an den Herrn Jesus. Und hören Sie nicht auf die Lügen derjenigen, die auf YouTube oder anderswo predigen. Wenn Sie gute Predigten hören, dann passen Sie auf, dass darin nicht das Gesetz gelehrt wird. Die einen sagen, das wäre zu einfach. Aber das habe nicht ich erfunden. Jesus sagte, euer Glaube, euer Glaube, euer Glaube. Die einen sagen, das würde es zu leicht machen. Tut mir leid, mein Freund. Es sind nicht Glaube und Werke. Es ist nicht Jesus und das Gesetz. Es ist Jesus und nichts dazu. Deswegen sage ich allen, die heute hier sind und die von weiter wegzuschauen. Glauben Sie an den Herrn Jesus Christus und Sie und Ihr Haus werden gerettet werden. Wenn Sie ein Kind haben, das auf Abwege geraten ist, glauben Sie, Gott wird an seinem Herzen arbeiten. Beten Sie im Glauben. Wenn Ihr Mann Sie verlassen hat, beten Sie im Glauben für ihn. Und er wird eines Tages aufwachen und eine Hexe neben sich sehen, statt einer Freundin. Beten Sie, dass die andere Frau in seinen Augen hässlich wird und dass Sie in den Augen Ihres Mannes schöner werden. Dann wird er eines Tages aus einem Albtraum über die andere Frau aufwachen. Beten und glauben Sie. Strengen Sie sich nicht selbst an. Fangen Sie nicht an zu nörgeln und es selbst zu versuchen. Beten Sie im Glauben. Pastor, ich habe finanzielle Sorgen. Sprechen Sie zu dem Schuldenberg und befehlen Sie ihm, sich ins Meer zu werfen. Aber Pastor, der Arzt sagt, dass ich diesen Tumor habe. Sprechen Sie zu dem Tumor. Mein Blutdruck ist zu hoch. Sprechen Sie zu ihm. Sagen Sie ihm, dass er im Namen von Jesus singen soll. Befehlen Sie es. Befehlen Sie es. Aber ich habe nicht genug Glauben. Sie haben Glauben, der so klein ist wie ein Senfkorn. Nutzen Sie ihn. Und wenn Sie noch nie Ihr Vertrauen auf Jesus Christus als Ihren Retter gesetzt haben, dann möchte ich Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu geben. Beten Sie das folgende Gebet mit mir. Sagen Sie, Vater im Himmel. Ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Er ist für all meine Sünden am Kreuz gestorben und für meine Rechtfertigung von den Toten auferstanden. Jesus Christus ist mein Herr, mein Retter und mein Gott. Und ich danke dir, Vater, dass alle meine Sünden vollkommen vergeben sind. Ich bin sehr begünstigt. Und ich bin reich gesegnet. Reich gesegnet. Gesegnet mit Abraham. Danke, Vater. Im Namen von Jesus. Preist den Herrn. Halleluja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020